Hi Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Pokémon Feuer Rot Together. Und, äh, ja, wo sind wir denn hier? Wir sind, soweit ich das gesehen habe, auf der Zinnoba-Insel im Pokémon-Haus. Ähm, Pokémon-Team geht's soweit gut. Ähm, mich wundert's jetzt nur, hat es nicht geschafft, Zapdos zu fangen oder so, weil das hatte er nämlich eigentlich vor. Oh, ähm, naja, egal. Wie viel haben wir denn hier schon gemacht? Ich schaue einfach mal, wie viel wir hier schon gemacht haben und schaue dann weiter. Oh, da ist auf jeden Fall ein Mann da. Ja, ähm, ja, da hauen wir eine Stärke rein. Das sollte nämlich für einen Glumander allemal reichen. Bei einem Blutexo bin ich mit dabei jetzt allerdings schon nicht mehr so ganz sicher. Lieber auf Nummer sicher gehen und den Donnerblitz machen. Muss ich mir jetzt danach direkt nach dieser Aufnahme mal seinen Part anschauen, um zu sehen, was er da gemacht hat. Also, ich mein, äh, einfach hätte es eigentlich nicht haben können. Er hatte einen Meisterball. Und der war für nichts wirklich Großartiges verplant. Den hätte er also eigentlich ruhig schmeißen können. Also, hier ist auch nichts mehr. Schutzwaren, okay. Wollen wir noch mehr Schutz? Ja, da. Top-Schutz. Warum kein Superschutz? Superschutz ist günstiger. Und Kalzium. Können wir wieder schön bei irgendeinem Pokémon den Spezialangriff erhöhen. Naja, so. Jetzt müssen wir hier auf jeden Fall mal an die Statue ran. Weil dann können wir hier nach oben. So, was geht hier noch? Eisen. Muss ich nachher vielleicht direkt mal eine Vitamine-Verteilrunde wieder machen. Ja, auf jeden Fall wieder den Schalter drücken. Und dann... Mein Mentor lebt einst hier. Ja, schön für deinen Mentor. Boah, Schakarell. Ein Magnetilo hat er. Ich habe jetzt keine Lust, mich einzuschaufeln. Deswegen tut es auch im Durchbruch. Und Magneton hat er auch. Ach, Magneton ist ein tolles Pokémon. Habe ich mir neulich auch erst eins gezüchtet. Ich bin bisher ganz zufrieden damit. Das war jetzt irgendwie klar, dass der mit... Äh... Zwei HP oder was der da hat, überlebt hat. Hätte ich doch schaufeln sollen. Poltoball. Bei dem werde ich jetzt mal schaufeln. Weil wenn er Finale macht, dann geht es gleich daneben. Macht eh nur ein Ultraschall. Die Attacke war vielleicht mal gefährlich. Aber jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Wow, unglaublich. So, was haben wir hier noch? Da ist noch die eine Treppe nach unten. Da will ich jetzt aber gar nicht hin. Ach, verdammt. Das war doch der Falsche. Hätte den anderen Weg gehen müssen. Das ist ein bisschen her, dass ich das das letzte Mal gemacht habe. Na dann halt noch mal nach oben. Und noch mal nach unten. Diesmal war er hoffentlich den richtigen Weg. Genau hier wollte ich hin. Mike hat noch keinen Level Up bekommen. Das heißt, er darf weiter kämpfen. Wer bist du? Hier hat niemand etwas zu suchen. Ich bin rot und ich habe überall etwas zu suchen. Elektroball. Gerade mal Level 29. Kannst du noch so schnell sein? Mit dem Level überwuchst du mich nicht. Das ist sowieso irgendwie. Elektroball ist die einzige richtige Stärke. Diese verdammte Geschwindigkeit. Smog, Smog. Ja, da möchte ich auch noch mal wechseln. Kämpfe ich auch nochmal wieder mit dem hier. Der Rüssel-Mobs. Beim Attacken-Set hat sich seitdem nichts getan. Gut. Einfach Psychogenese. Voll Kanne drauf. Und dann fällt auch das Smog-Mog um. Wenn schon nur diese eine wirkliche Schwäche hat. So. Ja. Karbon. Können wir nachher auch noch ein bisschen in der TV verteilen. So. Gibt es hier irgendwas? Ja. Eine Top-Genesung. Kann man doch immer brauchen. Wo bin ich hier gelandet? Die Herausforderung von Dieb Ludwig. Der hat ein Vulcano. Und er bedroht mich jetzt erstmal. Naja. Soll mir egal sein. Dann greife ich dich halt so an. Da brauche ich keinen Angriffswert dafür. So. Die Fonita kommt noch rein. Das kann Mike auch machen. Schön einmal wegsurfen. Und sogar noch ein Unnecessary-Crit gemacht. Und Mike erreicht Level 41. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, der müsste bald eigentlich seine letzte Attacke lernen. Dann kann jetzt Adrian noch vorne, weil der ist als einziger noch Level 40. Schutz wirkt nicht mehr. Ich sag, wann der Schutz aufhört zu wirken. Hier wäre der ideale Platz für ein Labor. Ob du es glaubst oder nicht, das hier war mal ein Labor. Forscher Angelo. Natürlich haben wir jetzt wieder Magnetilos hier. Aber das sollte kein Problem sein, weil bei Adrian Spezialangriff und vor allem bei seinem Crit-Luck sollte das kein Problem sein, wenn ich einen irgendwie zu one-hitten. Bei Elektroball sehe ich da auch kein Problem. Bei Elektroball, die jetzt wahrscheinlich sogar schneller sein könnte. Ja, da hab ich mir fast gedacht. Aber das sollte das nicht allzu viel abziehen. Es sei denn, er macht einen Volltreffer. Und paralysiert mich auch noch. Wenn es jetzt nur noch gefehlt, dass ich vor Paralysie nicht angreifen könnte, dann wären alle drei Zufallseffekte in diesem Kampf gegen mich geliebt laufen. Dann haben wir noch Paraheiler oder sowas in der Richtung. Gegengift und Feuerheiler haben wir noch. Aber anscheinend kein Paraheiler. Schauen wir mal hier drin. Haben wir denn eine... Oh. Eine Amrina-Bäre haben wir. Dann... Wie wär's damit? Noch ein Super-Trunk hinterher. Bringst du bei Adrians massigen Café nicht wirklich viel? Oh, der Blizzard. Das TM-14. Leider nicht wirklich so eine tolle Attacke, weil wenn es nur 70% Treffer-Chance ist, ist nicht unbedingt mein Fall. Der Fragezeichenöffner. Und den darf man natürlich hier auch nicht vergessen. Den Solarstrahl. Moment. Hier war noch irgendwo was drin, oder? Nee, hier anscheinend nicht. Nö. Ausnahmsweise mal pflanzen, wo keine Items drin sind. Ach ja, Moment. Schalter müssen wir ja noch drücken. Weil sonst kommen wir hier nicht mehr raus. Oh. Ja. Den Schalter müssen wir auch noch mal drücken. So, wo ist der Top-Shot? Da unten müsste er irgendwo sein. So. Und dann geht's weiter. Und raus hier vor allem. Ach, die schöne Musik von der Zinnoberinsel. Ich bin im Überlegen, ob ich die Arena noch schaffe. Ich habe noch circa 14, 13 Minuten eher. Könnte noch hinhauen. Probieren geht überstudieren. Dann probieren wir es einfach. Jetzt, wo ich den Fragezeichenöffner habe. Und ich werde gar nicht auf das Quiz eingehen. Ich werde einfach direkt alle Trainer verhauen. Man könnte zwar hier ein Quiz machen und alle Trainer umgehen. Aber ich mag das nicht. Ich verkloppe mich lieber durch alle Gegner hier durch. Und da sollte eine Aquawelle reichen. Die dicken Attacken spare ich mir für Pyro dann auf. Ein Wulpix. Das ist ein sehr tolles Pokémon. Vor allem, wenn es seine versteckte Fähigkeit hat. Die es hier ja noch nicht haben kann. Weil die versteckten Fähigkeiten erst seit der 5. Generation existieren. Ein Gulnona hat auch noch. Ja gut. Dafür spendiere ich dir mal einen Surfer. Für die ganz Dicken. Die Arena hier sollte eigentlich kein großes Problem sein. Ich meine, allein mit Adrian und Mike im Team sollte das insgesamt schon richtig einfach sein. Weil mit einem Boden und einem Wasser-Pokémon gegen eine Feuer-Arena... Ich sehe hier überhaupt kein Problem. Und da gibt es wieder schön ordentlich für plus 4kp für Adrian. Noch ein Wulpix kommt. Ich lasse Adrian jetzt einfach mal drin. Dann komme ich hier nämlich schneller durch. Vor allem ist es meine Gelegenheit, jetzt endlich nochmal den Orden zu holen. Da kommt noch ein Gulnona. Natürlich ist Gulnona schneller. Das hätte mich auch überrascht, wenn es anders wäre. Gulnona ist nämlich ziemlich schnell. Mit einer Basis-Initiative von 100. Da kommt unser Adrian mit seinen 65 nicht ganz hinterher. Da hätten wir ihn schon zu einem Blitzer machen müssen, damit er da hinterherkommt. Oder Psiana, was es hier noch nicht gibt. Also gesagt, was man hier nicht kriegen kann, außer durch Tausch. Denn es gibt ja in Pokémon Feuer oder Blattgrün keine interne Uhr. Und folglich kann man keine Tageszeiten bestimmen. Und es ist nicht definiert, ob man einen Psiana oder einen Nachthara kriegen kann. Deswegen entwickelt sich Evoli hier eigentlich nur zu Aquana, Blitzer oder Blamara. Aber das ist ja vollkommen okay so, denn Aquana ist sowieso wirklich der Beste von den ganzen... Von allen Evolutionen finde ich wirklich, dass Aquana das Beste ist. Dicht gefolgt von Psiana und Felinara übrigens, wenn es nach mir geht. Nachthara ist da aber auch nicht schlecht. Polipurba, Glaciola und Flamara sind... Naja... Die sind okay. Blitzer ist so irgendwie genau dazwischen drin. Blitzer hat nach der fünften Generation ziemlich stark an Präsenz verloren, nachdem so viele Prioritätennutzer mit ins Spiel gekommen sind. Und vor allem so stark... Also seitdem Priorität vor allem so wichtig geworden ist. Seitdem hat Initiative leider nicht mehr so viel zu sagen. Das heißt, Blitzer's bestest, das ist leider mehr oder weniger so fast außer Gefecht gesetzt. Es ist in manchen Sachen noch nützlich, klar. Aber im Vergleich zu dem, was es in der fünften Generation an Präsenz hatte, ist es jetzt so gut wie gar nicht mehr gespielt. Ich habe dennoch einen Blitzer beim, also unter meinen trainierten Pokémon. Einfach weil ich alle Evolutionen habe. Ich habe auch einen Flamara. Ich habe sogar zwei Polipurba und zwei Glaciola. Ja, ups, jetzt habe ich mich verdrückt. Nein, das heißt nicht, der... Und ja, das heißt nicht wirklich, ich lerne so rum, es muss drücken. Genau. Bist brandgefährlich. Ich brenne aber nicht, ich lösche nur euer Feuer. Ich weiß, warum Pyro ein Trainer geworden ist. Ja. Was du nicht sagst, ich weiß es auch schon. Ein Galoppa. Und das kriegt auch einen Surfer ab. Der Feuerwirbel nicht. Na, dann schauen wir mal. Der Surfer sollte es one-hitten. Sodass der Feuerwirbel keine Chance hatte, überhaupt irgendwas zu machen. Ja, da hat er sich wieder die Finger verbrannt. Zwei Trainer noch und dann bin ich beim Arena Leiter. Das sollte noch auf jeden Fall ausgehen. Die Brüdiger in Polpix. Und da gibt es wieder eine schöne kleine Aquawelle. Und wieder ein paar Erfahrungspunkte. Ein Vulcano kommt noch hinterher. Das sollte auch kein Problem sein. Haben wir ja auch schon unzählige Male hier jetzt besiegt. Auch wenn von der Aquawelle so allmählich die AP ausgehen, aber die brauche ich ja jetzt sowieso nicht wirklich, denn ich benutze gegen Pyro sowieso. Hauptsächlich den Surfer. Ja, das war mir von vornherein klar, dass ich zu stark für dich bin. Gegen Wasser kann vorher nichts ausrichten. Ja, das ist richtig. Das hat man an den letzten, äh, sex-sieben Trainern gesehen, Ronny. Ach, der Bedroher. Der raubt mir die Zeit. Aquawelle. Wieder ein paar AP. Und noch ein Vulpix hinterher. Wir haben hier irgendwie relativ einseitige Auswahl an Pokémon. Vulpix, Focano und Ponita. Eventuell noch weitere Entwicklungen. Wobei wir noch kein Arcani gesehen haben. Das kommt allerdings jetzt beim nächsten. Gegner. So. Ähm. Ich glaube, wir können mal schnell einen Supertrunk für Adrian spinnieren. Damit er auch mit vollem KP in diesen Kampf reingeht. Also dann, wollen wir mal anpacken, ne? Haha, ich bin Pyro, der Arena-Leiter der Zinobains. Meine Feuer-Pokémon lassen die Siegesträume meiner Gegner in Flammen aufgehen. Das solltest Feuereiler parat haben. Das Internet nimmt schlechthin. You better have burned here. Herausforderung von Leiter Pyro. Herausforderung von Leiter Pyro. Der schickt einen Fulcano in den Kampf. Bedroht mich natürlich erstmal. Das ist aber kein Problem, weil wir greifen ja speziell an. Wir wollen jetzt erstmal dieses Fulcano. Und das ist schön verdient, das Level-Up für Adrian. Als nächstes kommt Ponita. Ach, damit Mike hier auch noch mal sie was zu tun hat. Damit er sich hier nicht so unterfordert fühlt. Ähm. Ähm. Mach mal Schaufler, ja. Macht mir Schaden. Tut sich jetzt zwar fast nichts zwischen den beiden Attacken, aber... Schaufler sollte ein bisschen mehr machen. Mike hat schließlich ein bisschen mehr Angriff als Spezialangriff. Das sollte die 5 Punkte in der Basenstärke locker mitmachen. Vor allem, weil Galoppa sind von Leiter, soweit ich es weiß, niedrigere Verteidigungswerte als Spezialverteidigung haben. Sicher bin ich mir dabei jetzt allerdings nicht. Ja, es gibt auch mal etwas, was ich nicht weiß. Uh. Ah, das knapp überlebt. Und da kriegt er mir einen Feuersturm rein. Ähm. Und natürlich auch einen Volltreffer. Was denn sonst? Alles andere hätte ich ja überleben können, ne? So. Der haut sich jetzt höchstwahrscheinlich in den Übertrank rein. Dann kann Jake jetzt erstmal zwei Donnerplätze raufhauen. Das sollte nämlich eigentlich auch reichen. Oh, reicht locker. Oh, ich schicke da schon sein Arcani in den Kampf. Ja, dann. Schicke ich lieber gleich den Experten für sowas. Oh, ganz vergessen. Das ist ja schon sein letztes Pokémon. So. Und dann gibt's ein... Oh. Bodycheck. Geht aber daneben. Okay, ja. Übrigens auch ein Grund, warum ich Bodycheck nie spiele. Erstens Risiko-Tackle ist besser. Zweitens, äh, er geht dann, kann daneben gehen. Oh, da gibt's 2000 EP für Adrian. Und Leiter Pyro ist besiegt. Mein Feuer ist der Luschen. Du hast ja den Vulkanorden redlich verdient. 4.700 Pokédole. Haha. Der Vulkanorden steigert die Spezialfähigkeiten deiner Pokémon. Nimm zusätzlich dieses Geschenk. TM 38, Feuersturm. Feuersturm ist die mächtigste Feuerattacke. Äh, nicht mehr. Allerdings ist sie gegen Wasser-Pokémon machtlos. Nicht mehr im Sinne von, es gibt mittlerweile so eine Handvoll stärkere Attacken. Wie zum Beispiel Hitzekoller oder Eruption. Wobei das mit Eruption auch ein bisschen KP-abhängig ist. Aber generell, es gibt schon ein paar stärkere Feuerattacken. Und, äh, Luche-Kanonade ist ja auch noch stärker. Hä? Wenn das nicht rot ist. Ich bin das Bill. Lange nicht gesehen. Ich hoffe, du nutzt immer noch mein TC-System. Nun, hör zu, da wir uns hier treffen, wie wäre es, wenn du mit mir kommst? Es gibt eine kleine Inzitiv im Süden, die Island 1 genannt wird. Ein Freund hat mich eingeladen und ich bin auf dem Weg dorthin. Wie wäre es? Hast du Lust, mitzukommen? Ja, okay. Jetzt muss ich leider ein paar mitziehen, weil ich vergessen habe, dass der da steht. Naja, scheinbar ist das Schiff von meinem Freund auch angekommen. Er hat es extra zur Zinnobenz geschickt, um mich abzuholen. Wir sind da, das ist Island 1. Hier gibt es mehrere Inseln und diese hier ist eine davon. Mein Freund Celio hat das Schiff geschickt, um mich abzuholen. Er ist ganz alleine für das PC-Netzwerk auf der Insel zuständig. Warum ich dir das erzähle? Lass uns zu Celio gehen. Uh, da darf ich Drago jetzt gleich mal ins kalte Wasser schmeißen, weil den Part von dem Spiel kennt er nicht. Hallo, Celio. Bill, ich kann es nicht glauben, dass du hier kommst. Selbstverständlich, was macht deine Forschungsarbeit? Oh, warte mal. Rot, das ist mein Freund Celio. Er ist der impassionierte PC-Maniac. Celio, das ist Rot, ein aufstrebender Trainer auf dem Weg zum Pokémon-Champ. Das ist beeindruckend. Es tut mir leid, aber ich habe nichts für das Kämpfen übrig. Egal, freut mich, dich kennenzulernen. Was gibt es Neues? Was macht deine Maschine? Sie läuft gut, aber wir sind einfach zu weit entfernt. Zwischen den PCs auf dieser Insel und deinem kann keine Verbindung hergestellt werden. Oh, wirklich? Lass mich mal sehen. Moment noch. Ich denke, das kriegen wir hin. Darf ich dir helfen? Rot, darf ich dich bitten, vor der Tür auf mich zu warten? Kann ich dich um einen Gefallen bitten? Die Nachbarinsel heißt Island 2. Dort gibt es jemanden, der die Spielhalle betreibt. Er hat dieses Fable für seltene Steine und Juwelen. Wir bleiben in Kontakt. Darf ich dich bitten, diesen Meteoriten zu ihm zu bringen? Rot, nimm dies mit, wenn du nach Island 2 gehst. Tri-Pass erhalten. Es ist ein Pass für die Fähre, die zwischen den Inseln fährt. Damit kannst du Island 1, 2 und 3 bereisen. Oh, das kannst du auch gebrauchen. Die Karte von Rot wurde erweitert. Ich treffe dich später. Richte den Typen einen Gruß von mir aus. Ja, äh, nachdem ich jetzt sowieso schon eine Minute über meinem Part drüber bin, äh, ich lasse Rogo jetzt einfach mal hier raus und sag ihm gar nichts. Mal schauen, wie er drauf reagiert, weil das ist wirklich der Teil von dem Spiel, den er nicht kennt. Ähm, ja. Ja, ansonsten sag ich, ja, bis zum nächsten Mal und mal schauen, wer den 8. Orden kriegt. Bis dann, ciao.